Was sind Events in C Sharp? Events sind eine Art Vereinbarung oder ein Vertrag zwischen verschiedenen Objekten. Es ist einfach praktisch, wenn wir dafür sorgen können, dass wenn irgendwo in unserem Programm etwas passiert, dass an anderen Stellen im Programm auch was passiert, ohne dass diese Objekte direkt miteinander was zu tun haben. Dafür verwenden wir Events. Und man muss dabei beachten, Events werden halt ausgelöst irgendwo von einem Auslöser, genannt Publisher. Und diese Events müssen dann auch irgendwo empfangen werden, und zwar bei den sogenannten Subscribern. Stellen wir uns vor, wir braten Burger. Wir hätten ein Programm, wir braten da Burger und wir hätten gerne, dass dieses Programm, wenn wir Burger braten, keine Ahnung, einmal unsere Kumpels per SMS benachrichtigt, dass sie zum Futtern vorbeischauen können und keine Ahnung, noch die Klima, die Lüftungsanlage einschaltet im Haus. Dann haben wir hier unser Burger-Berat-Gerät in einem dicken Paddy. Wenn wir hier ein Burger braten, dann möchten wir, dass in unserem SMS-Programm, in unserem Handy quasi SMS verschickt werden. Und dann wollen wir auch, dass unsere Lüftung eingeschalten wird. Und jetzt wäre es halt sehr cool, wenn wir hier etwas hätten, was quasi mit diesem Objekt referenziert und mit diesen Objekten, aber quasi die beiden nicht direkt miteinander eine Art Vertrag eingehen, sondern eben alle nur mit unserem Event quasi sich verbinden und dann jeweils den Code entsprechend ausführen, was auch immer dann passieren soll. Dann programmieren wir das Ganze mal. Dafür schreiben wir uns als erstes unser Burger-Berat-Gerät. Und hier könnte jetzt alles Mögliche drin sein an Code. Interessiert uns jetzt eigentlich nicht wirklich. Alles, was wir brauchen vor allem, ist halt irgendwie eine Methode. Die kann Void zurückgeben und nennen wir sie Braten. Da werden wir dann quasi die Kelle schwingen in der Pfanne oder über ein Barbecue. Und das wollen wir auch an der Konsole dann sehen. Sagen wir Brutzel, Brutzel. Und wie gehen wir jetzt vor, wenn wir so ein Event machen? Okay, wir machen auch noch unsere Subscriber-Klasse. Das nennen wir SMS-Service. Und da kann auch irgendwas drin stehen. Brauchen wir erstmal nicht weiter was reinschreiben. Wie gehen wir jetzt vor, wenn wir unsere Events erstellen? Das habe ich mir schön notiert. Hier, ich habe es glaube ich schon offen. Und zwar Schritt 0 überspringen wir jetzt eben mal. Wir müssen erstmal ein Delegate erstellen. Und das muss entsprechend der Signatur haben, der sogenannten Event-Händler-Methoden, den Subscriber-Methoden, in denen dann jeweils das Event registriert ist. Und quasi dort wird dann ein SMS verschickt und die Lüftungsanlage wird eingeschalten und was auch immer. Diese Signatur müssen wir hier erfüllen. Dann werden wir aus diesem Delegate ein Event erstellen. Dieses Event werden wir dann erst im sogenannten Publisher triggern. Dafür schreiben wir uns eine eigene Methode. Und dann werden wir zu den Subscribern schauen und dort diese Subscriber-Methode einschreiben. Und dann müssen wir das Ganze noch miteinander verketten. Das kann man quasi auch als Registrieren bezeichnen. Dann legen wir los mit unserem Delegate. Und wie schaut so eine Subscriber-Methode eigentlich immer aus? Das könnt ihr am besten in der Microsoft-Dokumentation nachlesen, ein Objekt und Event-Args. Letzteres werden wir machen. Also schreiben wir uns ein Delegate. Und das nennen wir jetzt Braten-Event-Händler. Ich schreibe das immer erst gerne, den Namen und erst dann den Rückgabetyp, der in unserem Fall Void ist. Und hier hatten wir gesagt, haben wir einmal ein Objekt, nennen wir es O, und Event-Args. E. Was sind eigentlich diese Event-Args? Das sind im Grunde nur Informationen. Ich bin eben zur Klasse Event-Args gesprungen, die ist schon gegeben. Was haben wir hier drin? Wir haben hier eine statische Eigenschaft Empty. Das heißt, diese Eigenschaft ist immer verfügbar. Und wir haben hier einen Konstruktor, der leer ist, der nichts macht. Und das ist die absolute Basisklasse, von der erben alle weiteren Event-Args. Deswegen, wenn wir die verwenden, können wir auch weitere Klassen dann später verwenden, die eben von dieser Klasse, die diese Klasse als Basisklasse besitzen. Das ist sehr praktisch. Und dann zurück zum Code. Da können dann immer Informationen drin gespeichert werden. Zum Beispiel, wie viel Uhr ist es? Oder wo kommt die Datei her? Wie heißt die Datei? Welcher Auslöser wurde hier verwendet? Oder es gibt alles Mögliche, was man da an... Wir können selbst Informationen reinschreiben. Wir können sagen, hey, schöne Grüße. Und alles Mögliche. Dafür sind diese Event-Args. Das sind wirklich Informationen. Und jetzt haben wir unser Delegate erstellt. Als nächstes erstellen wir dann unser Event. Also Schritt 2 mit dem Schlüsselwort Event. Und jetzt kommt eben unser Braten Event-Händler zum Einsatz. Und jetzt brauchen wir nur noch einen Namen für dieses Event. Und wenn man Englisch, wie es besser ist, programmiert, und wir hätten hier nicht Braten, sondern zum Beispiel Cook als Methode, dann würden wir jetzt hier, je nachdem, wann dieses Event getriggert wird, die Gegenwarts- oder die Vergangenheitsform verwenden. Wenn wir dann sagen Cooked, also quasi gebraten, dann würden wir das Event hier auslösen. An der Stelle, wenn die Methode vorbei ist. Wenn wir jedoch die Gegenwartsform verwenden, also in dem Fall haben wir jetzt hier Braten, was wäre Cooking auf Deutsch dann, am Braten, ja, am Braten, dann würden wir dieses Event triggern, solange diese Methode ausgeführt wird, oder kurz davor, unmittelbar davor. In unserem Fall machen wir jedoch ersteres, wir nennen es Gebraten. Und damit haben wir unser Event erstellt. Jetzt können wir zu Schritt 3 gehen. Jetzt wollen wir unser Event auslösen. Und dafür werden wir uns jetzt eine weitere Methode innerhalb unseres Publishers erstellen. Und diese Methode, die können wir jetzt nennen, wie wir möchten. Wir nennen sie mal Public. Und die machen wir jetzt so, wie wir da in der Dokumentation gelesen haben. ProtectedVirtual. Das hier ist dann für die interne Methode, mit der wir quasi das Event triggern. Und die können wir jetzt auch ähnlich nennen, wie unser Event, on Braten. Innerhalb dieser Methode werden wir dann nachschauen, ey, ist eigentlich überhaupt schon jemand an unserem Event registriert? Gibt es denn Subscribers? Und das machen wir mit if gebraten ungleich null. Nur dann müssen wir dieses Event triggern. Weil wenn niemand zu diesem Event eingeschrieben ist, dann brauchen wir es auch nicht zu triggern. Und falls aber jemand eingeschrieben ist hier an unser Event, dann werden wir das Event ausführen. Und zwar referenzieren wir da zum einen das Objekt, das wir gerade, also unsere Burger-Bratmaschine. Und dazu braucht er jetzt hier Event Arcs. Und wir werden hier einfach direkt diese statische Empty-Eigenschaft weiterleiten. Dann brauchen wir hier noch den Rückgabetyp Void. Brauchen wir nichts zurückgeben. Und jetzt haben wir Schritt 3 erfüllt. Wir haben das Event ausgelöst. Jedes Mal, wenn gebraten wird, haben wir noch nicht. Hier ist noch keine Referenz. Das müssen wir noch ausführen. Jetzt wird diese Methode jedes Mal ausgeführt, sobald die Burger fertig gebraten sind. Und dann kommen wir zu Schritt 4. Jetzt müssen wir das Event noch registrieren. Dafür müssen wir in unseren SMS-Service gehen. Und da brauchen wir jetzt diese Subscriber-Methode. Also springen wir jetzt doch erst noch mal zu Schritt 0. Wir stellen uns eine Subscriber-Methode. Also schreiben wir hier eine Methode. Public Void. Und die können wir jetzt nennen, wie wir möchten. Send SMS zum Beispiel. Und die braucht jetzt diese Parameter. Und wie gesagt, wir haben jetzt hier nicht wirklich eine Funktionalität. Deswegen schreibe ich jetzt einfach hier Sende SMS raus. Damit hätten wir jetzt diese Subscriber-Methode erstellt. Und jetzt müssen wir das Event noch registrieren. Denn diese Methode wird noch nirgends ausgeführt. Null References. Und dafür werden wir jetzt in unsere Mengen gehen. Denn jetzt müssen wir uns die Objekte erstellen. Bisher hatten wir nur leere Klassen, die nicht wirklich existieren. Jetzt erstellen wir uns, jetzt streiten wir sozusagen zur Tat. Wir erstellen uns als erstes ein Burger-Brat-Gerät. Dann erstellen wir uns auch einmal einen SMS-Service. Und nun müssen wir noch diese Verträge eingehen. Und jetzt werden wir diese Subscriber registrieren bei unserem Event. Und das machen wir, indem wir das Event aufrufen. Ich sehe gerade, das muss zu diesem Zweck Public sein. Genauso wie das Delegate. Und dann können wir hier auf unser Burger-Brat-Gerät zugreifen, auf unser Event, das gekennzeichnet ist durch den Blitz hier. Und das verketten wir, wir sagen plusgleich unserer Subscriber-Methode, also der Methode sendSMS. S1.sendSMS. Und keine runden Klammern, wir referenzieren hier nur auf die Methode. Wir führen hier nichts aus. Was wir hier machen, wir braten uns jetzt noch ein paar Burger, indem wir sagen B1, braten. Und dann führen wir das Ganze aus. Und dann sehen wir, brutzel, brutzel, sendSMS raus. Und yo, ich hoffe, das hilft auch noch ein bisschen beim Verständnis. Und ich bin jetzt meine Burger genießen. Bis zum nächsten Mal.